Den Willkommensempfang in Invergrove Heights, den die US-Armee ihren Soldaten zur Rückkehr vom Afghanistan-Einsatz widmete, interessierte den dreijährigen Cooper wenig. Ebenso war ihm das Protokoll egal, denn eigentlich war es nicht vorgesehen, dass Familien sich auf dem Empfang begrüßen. Doch Coopers Sehnsucht nach einer Umarmung seiner Mutter war zu groß. Der Kleine musste fast ein Jahr ohne sie auskommen. Statt brav das Ende der Zeremonie abzuwarten, rannte er mitten während des Empfangs auf seine Mama zu. Die Bilder rührten die Amerikaner. Das Video wurde innerhalb weniger Tage über 90.000 Mal angeklickt.